Herzlich Willkommen im Namen des Veranstalters der Mediengruppe Telematikmarkt.de im Rahmen der Preisverleihung des Telematik Awards 2013. Für uns ist es eine große Ehre, dass Sie die Entscheidung getroffen haben, hier nach Berlin zu kommen. Wir machen hier einen Telematik-Talk auf der IFA. Humantelematik ist da ganz sensibel, denn Humantelematik, wie der Name schon sagt, geht mit Daten von Menschen um. Die Frage ist, wer hat wo, wann, welches Problem und wie kann man ihm helfen? Es geht nicht um Technik nur als Spielerei. Man kann dann den Mietern auch diese Daten elektronisch zur Verfügung stellen. Der Datenschutz in Deutschland verhindert, dass wir unsere Daten zusammenführen, dass wir über die Personalausweisnummer alle Daten zusammensammeln. Wir haben uns das angeschafft und unsere Nutzer halt brauchen für ihre alltägliche Arbeit, um sie nicht mit einem schweren Interface zu überfrachten. Noch mehr Kompetenz hineinbringen, noch mehr Anwendersicht, noch mehr Sicht in den einzelnen Technologien. Telematik findet in allen Bereichen unseres Lebens statt. Da gibt es noch viel zu sehen. Wir sind ja erst am Anfang. Wir sind ja erst am Anfang. Wir sind ja erst am Anfang. Wir sind ja erst am Anfang.